An die 5.000 bis 6.000 PS, Thomas Zillemann und Joker. Ja, liebe Zuschauer, bitte erst mal mit dem Applaus für Thomas Zillemann. Ihr wollt den blauen Regen haben, ja? Bisschen dreckig, seit wir aus dem Rollen haben hier, ja? Achtung, der kommt geflogen. Ja, ein bisschen Traktor-Rolling, um es mit nach Hause zu nehmen. Ja, aber, dass man nicht mehr liegen darf als 3,5 Tonnen. So, unser Top 1, Axel Stuttentrop. Und wie weit soll das Monster gehen hier? Ja, ich bin Traktor, Alison Fence. 80 Meter? Ja! 90 Meter? Ja! Full Pull? Ja! Ja! Okay. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann ist es zurück auf den Rennen, liebe Zuschauer! Ich habe keine Ahnung, aber wir haben noch das Green Lancer, und jetzt ist es gleich okay, und dann ist die Welt wieder in Atem. Ja, und ja, cool, Leute aus! Ich bin nicht abgesprungen, sondern in dieser Hürde ist irgendwie nur durch die Szene des Zahnregens fehlen jetzt. Jetzt haben wir uns von der Berine gehabt. Ach, da kommt er vorbei, der Green Fighter. Ah, das sagt ihr, ne? Ich zeige euch jetzt, wie ich es hier am Eingang bekommen habe. Oh, da kommt er, achte Steckenbruch! Ich zeige euch jetzt, wie ich es hier am Eingang bekommen habe. Ganz so, so wie erwartet, aber man hat doch das überhaupt nicht so kippen. Die Zwischenplätze ist schon gezogen. Rot, eine Platte, eine Winzeln, springend auf vorne! 35 A. Ja, Tri ayudar den Job zu meinen Kunden rein. Neun, w întheat 180. 3 A. A- www.co.at